Mein Name ist Klaus Becker, ich bin Inhaber vom Becker-Bäcker hier in Edenkoben. Unseren Betriebs gibt es seit knapp 60 Jahren. Wir haben hier seit 10 Jahren die Gläser in der Backstube, vier Verkaufsstellen, zwei mobile dabei. Unser Schwerpunkt ist Brot. Ich selbst bin Brotsommelier. Meine Frau ist Brotgenussberaterin, beide ausgebildet in der Akademie in Weinheim. Wir leben für Brot, wir brennen für Brot. Das ist unser Steckenpferd und das Ganze gepaart mit regionalen Produkten. Wie haben Sie Aramas Digital kennengelernt? Aramas habe ich kennengelernt. Er hat sich bei uns vorgestellt, vor drei Jahren. Dann haben wir noch ein bisschen gebraucht und dann vor zwei Jahren ungefähr haben wir dann ziemlich angefangen mit Aramas zu arbeiten. Welche Herausforderungen haben Sie bei der Mitarbeitergewinnung? Tolle Mitarbeiter zu finden, das ist die größte Herausforderung. Und vor allen Dingen in allen Bereichen. Es spielt keine Rolle, ob das jetzt Backstube ist, ob es Verkauf ist, ob es Konditorei ist, Verwaltung. Die aktuelle Situation gibt es her, dass man sehr flexibel sein muss. Wie war Ihr erster Eindruck von Aramas Digital? Der erste Eindruck war spannend für uns. Es war ja ein Neuland. Also ich habe es nicht gekannt, aber damals war es natürlich komplett das Neuland für uns. Und da habe ich gesagt, okay, warte mal ein bisschen ab. Und dann kamen auch die ersten Empfehlungen von Kollegen, die mit Aramas sehr erfolgreich gearbeitet haben. Und ja, und dann haben wir ungefähr, wie gesagt, seit ungefähr zwei Jahren auch mit Aramas begonnen. Dann zuerst mit Aramas selbst und ja, und dann auch Ihr Unternehmen wächst, ja, und von dem her ist das ganz toll. Haben Sie vorher über Social Media Recruiting nachgedacht? Wir hatten vorher über Social Media Recruiting nachgedacht, haben die auch mit hauseigenen Plattformen, das heißt mit versucht, Werbeplakate oder Werbeschilder hochzuladen. Ja, hatten da auch die ersten Erfolge, aber sie waren nicht so spannend und erfolgreich, wie wir das damals gedacht haben. Dann kam das andere mit Aramas dazu und dann ging es auch relativ schnell. Und der Bewerbermarkt hat sich da natürlich ganz gewaltig verändert. Welche Maßnahmen und Ergebnisse hat Aramas digital für Sie erzielt? Die Maßnahmen kann ich so weit messen, dass wir im Verkauf neues Mitarbeiter gewonnen haben. Und ganz toll messen kann ich es bei mir hier in der Backstube. Ich habe mit Social Media beziehungsweise über Aramas meinen neuen Produktionsleiter und das neue Produktionsteam, das wir ausgebaut haben, kennengelernt oder die haben mich kennengelernt und daraus resultierend dann sich bei uns beworben, weil sie die Aktion von uns in dem Moment sehr spannend fanden, sehr modern fanden. Das gepaart mit unserer Backstube gibt natürlich dann ein ganz tolles Produkt. Würden Sie Aramas digital weiterempfehlen? Ja, ich kann es nur bejahen und ich werde ihn weiterempfehlen und ich habe ihn auch schon empfohlen. Das eine oder andere Ergebnis sehe ich ja auch schon, welche Kollegen mittlerweile mit Aramas arbeiten und da weiß ich schon, wer auch von meinem Typ her dazu gestoßen ist.